Hallo, guten Abend und Glück auf. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu den Nachrichten in Megional hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Ich begrüße Sie recht herzlich heute am Donnerstag, den 31. Januar. Die aktuelle Wetterlage bietet in unserem Sendegebiet derzeit ganz gute Bedingungen für den Wintersport. Das nutzte man auch am vergangenen Wochenende in Seida zum 18. Skiköring. Das ist quasi ein Rennen auf Schnee, bei dem sich wagemütige Skifahrer von motorisierten Untersätzen über eine Hindernisbahn ziehen lassen. Unsere Kollegen von Kanal 9 haben sich bei der Traditionsveranstaltung einmal umgeschaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Menut zu Oh Ja Ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, bei mir ist jetzt Wolfgang Richter, Rennleiter des heutigen Rennens und ehemaliger Vorstandsvorsitzender vom Schidoclub. Was hat sich seit dem letzten Mal verändert? Ja, wie Sie schon sagten, die Klubführung hat sich verändert, im positiven Sinne. Es sind mal junge, frische Leute rangekommen, die praktisch die Leitungen des Vereins übernommen haben, was sicherlich förderlich war für den Verein. Nach 13 Jahren, was ich letztes Jahr schon sagte oder vor zwei Jahren sagte bei meinem Abschied, muss man nicht noch zusätzlich an dem Klubvorstand festhalten. Und sie haben sich gut eingeführt, hat alles gepasst. Ich habe es schon beobachtet, mit positiven Eindruck bekommen. Haben sie toll gemeistert, haben eine ganz super Strecke wieder hingezaubert. Natürlich mit Unterstützung von vielen, vielen Helfern im Verein. Also vorgestern war hier noch nichts zu sehen. 30 Mann aus dem Verein waren hier im Zusammenhang des Pistenbullys, den wir von einem Klubmitglied gesponsert bekommen haben, hier zugange. Und wenn ihr euch hier umschaut, ob das Stecken des Reichs ist oder das Ganze vorbereiten, das macht einfach viel, viel Arbeit. Wir mussten allerdings eine Änderung vornehmen. Aufgrund der Baumaßnahmen, der Gasleitung, mussten wir unsere Rennstrecke sehr einschränken. Haben es doch noch ganz gut hinbekommen, dass wir, zu sagen, die Rennfahrer keinen Mickey-Maus-Kurs hingelegt haben. Sie ist relativ schnell und aufgrund jetzt der milden Temperaturen auch schwer geworden. Das heißt, die Skifahrer, die hinten dranhängen, haben es viel, viel, viel schwerer als vielleicht noch von vor zwei Tagen. Also ist auch gefährlich die Strecke? Das ist keine Kaffeeveranstaltung, sondern es ist eine hochkarätige Rennveranstaltung, muss man schon sagen. Wenn man bedenkt, dass die Maschinen bis 190 PS haben und der Skifahrer hängt da hinten dran. Es ist nicht ungefährlich. Motorsport ist immer mit Risiko verbunden. Aber die Jungs fahren mit Protektoren, sie sind mit Brustpanzern ausgerüstet. Und die meisten wissen, was sie tun auf den Maschinen und schonen, wenn möglich, auch ihren sogenannten Hänger, den Skifahrer, da hinten dranhängt. Wie viele Teilnehmer sind heute am Start? Wir sind gut bedient. Also wir gehören ja mit zu den größten Veranstaltungen dieser Art in Deutschland. Es ist ein Lauf zum Sachsenpokal, der im gesamten Erzgebirge bis Johann-Georgenstadt und Klingenthal stattfindet. Und wir haben hier in den Ski-Curing-Klassen, also praktisch Motorschlitten mit Skifahrer, Runde 30 Teams. Und in der Solo-Klasse, wenn ich mich auf die Listen berufe, sind es mindestens auch nochmal 30, wenn nicht 35, die den Solo-Parcours absolvieren als Snowcross. Sie sprechen von Solo. Welche Klassen nehmen hier teil? Wir haben es aufgeteilt in zwei Klassen, Hobby und Masters. Früher haben wir Schlitten gehabt, die waren tatsächlich nicht stärker als 50 PS und konnten es früher bis 50 PS und über 50 PS unterteilen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Sie kriegen jetzt kaum noch einen Schlitten unter 100 PS gekauft. Die haben alle ab 100 PS aufwärts, wie gesagt, der stärkste 900er turboaufgeladene Schlitten, der hier am Start ist, hat 190 PS. Und darum haben wir gesagt, wir machen eine Anfängerklasse, Hobby. Das sind alle, die sich in der Vergangenheit nicht platzieren konnten, die also durch Stürze oder durch schlechte Zeiten nicht platziert waren. Oder die Neulinge, die fahren in der Hobbyklasse. Und die Masters sind all die, die in der Vergangenheit Erfolge erzielen konnten. Die kommen in eine offizielle Sperrliste und dürfen in der Hobby nicht starten, damit die jungen Teams auch eine Chance haben. Ja und nach diesem sportlichen Rückblick auf das letzte Wochenende schauen wir nun nochmal auf das letzte Jahr zurück. Hier kommt unsere Rückschau auf den Juli 2018, heute mit dem zweiten Teil. Fast 1500 zahlende Gäste besuchten vom 20. bis zum 21. Juli das Rock-auf-den-Berg-Festival in Popersau. Der Besucherparkplatz auf dem Katzenstein wurde bereits zum 21. Mal zum Austragungsort für handgemachte Musik und deren Fans. Es ist mein Spiegelbild, dem ich wieder vertraue, bevor ich scheiß der Fall. Lern wir leben, lernen wir träumen. Ich will die verlassensten Plätze der Erde sehen. Die Magie der schönsten Orte spüren. Gruppen, die bereits seit 1992 im Musikgeschäft tätig sind, waren das erste Mal im Erzgebirge und von der Organisation und der Lokalität begeistert. So far so good. Ich meine, es ist ein schönes Ort, alles ist sehr professionellisch gemacht. Die Beobachtungen sind perfekt und wir sind wirklich, wirklich, again, looking forward to a great performance. Die Beobachtungen sind perfekt. Es ist mir eine Freude, dass wir heute hier wieder eine neue Bereitschaftspraxis mit Öffentlichkeitswirksamkeit auch entsprechend übergeben können. Wir haben das auch vorige Woche schon in Annenberg gemacht. Deswegen haben wir uns auch alle so herzhaft begrüßt, alle Wochen wieder. Das ist eine schöne Geschichte und wir freuen uns, dass die Reform auf die Art und Weise so ausgerollt wird. Ich sehe zwei wesentliche Vorteile. Der eine ist, wir entlasten den Klinikarzt, der die Notaufnahme betreibt, von einem solchen Vielzahl von Patienten, für die auch die Struktur nicht eingerichtet ist. Das ist wichtig. Und der zweite Punkt, der mir ganz wichtig ist, dadurch, dass jetzt ambulant tätige Ärzte in Krankenhäusern mit Dienst machen, wird man sich zwangsläufig kennenlernen. Klinikarzt und niedergelassener Arzt. Und ich denke, das alleine ist eine Win-Win-Situation für Arzt, Patienten, also Klinikarzt, Ambulantenarzt und Patienten. Und ich glaube, am Ende dieses Modellversuches wird es nicht die Lösung geben, weil jede Region hat ihre Spezifika, hat ihre Besonderheiten. Alleine schon topografische. Also wir haben im Erzgebirge andere topografische Bedingungen, vor allen Dingen im Winter, als vergleichsweise in Nordsachsen. Schon das wird ganz andere Herausforderungen eigentlich mit sich bringen und das muss man in dieses Thema hineinbringen. Ich freue mich, dass wir mit diesen zwei Bereitschaftspraxen in Annaberg und hier in Schobau diesen Versuch starten können. Ich hoffe, dass es die entsprechende Wirkung erzielt, dass es in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger hineingeht, was damit erreicht werden soll. Dass es zu einer wesentlichen Entlastung des Rettungsdienstes führt, denn das, was die Ärzte, was die Schwestern in diesem Bereich auch leisten müssen, ist schon extrem. Mit Bandonionmusik aus Karlsfeld wurde der Nachmittag des 27. Juli 2018 feierlich umrahmt. Im Konferenzsaal des Landratsamtes wurde der scheidende Geschäftsführer der Krankenhausgesundheitsholding Erzgebirge GmbH, der frühere Landrat des mittleren Erzgebirgskreises Albrecht Kohlstorf in den Ruhestand verabschiedet. Viele Weggefährten, Sie und viele weitere, haben Albrecht Kohlstorf in all den Jahren in den unterschiedlichsten Bereichen, in den unterschiedlichsten Teilabschnitten oder Etappen des Weges begleitet und auch als Mensch kennen und schätzen gelernt. Albrecht Kohlstorf als Mensch, er war, er ist ein erfolgreicher Kommunalpolitiker in Sachsen, ein Politiker mit Herzblut, Ehemann, Vater, Opa, Pferdefreund, ein sensibler, sozialer, pragmatischer und vor allen Dingen auch ausgleichend würgender Mensch, der seiner Region und seiner Heimat zutiefst verbunden war und ist. Ich bin wirklich ganz erstaunt, was ich alles gemacht haben soll. Im Laufe der Jahre, eigentlich in den Ausführungen, die Herr Landrat Vogel, Herr Steig, der Dr. Heide, lieber Norbert, gemacht haben, zu viel der Ehre. Es gibt in so einem Arbeitsleben von 48 Jahren ja auch immer eine ganze Reihe Dinge, die nicht so geklappt haben, die man vielleicht hätte gerne besser machen. Ich denke, das ist immer so. Und in der Nachbetrachtung sieht man natürlich verschiedene Dinge auch selber, da und dort etwas anders als in dem Moment, wo die jeweiligen Entscheidungen zu treffen sind. Aber da sie alle gekommen sind, war die Mehrheit der Entscheidungen höchstwahrscheinlich richtig. Aufgrund der derzeitigen beengten Straßenverhältnisse wurden auf einigen Straßen im Marienberger Stadtgebiet Zonen mit eingeschränktem Halteverbot eingerichtet. Wie die Stadtverwaltung Marienberg mitteilte, betrifft das folgende Straßen. Zum einen die linke Seite der Schopauer Straße, Abkreuzung-Töpferstraße in Richtung Schopauer Tor. Dann die linke Seite Schillerlinde, Höhe Landratsamt und in Gelobtland die Kohlenstraße am Wanderparkplatz im Kurvenbereich. Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass Fahrzeuge des Winterdienstes, von Entsorgungsunternehmen und sonstiger Lieferverkehr durch die Straßen fahren müssen. Die Stadtverwaltung bittet daher alle Autofahrer, sich in ihrem Parkverhalten dementsprechend anzupassen. Zur Kriminalitätsbekämpfung im grenznahen Raum führte die Polizei am Dienstagnachmittag und Abend verstärkte Kontrollen durch. Zur Unterstützung waren dabei in den Revierbereichen Annabergau und Freiberg 23 Beamte der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Kontrolliert wurden 30 Fahrzeuge und knapp 100 Personen. Es wurden fünf Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz. So sind bei Personenkontrollen in Schwarzenberg beispielsweise bei zwei jungen Männern ein verbotenes Messer und Betäubungsmittel gefunden worden. Gegen zwei weitere im Revierbereich Aue kontrollierten Männer lag jeweils ein Haftbefehl vor und in beiden Fällen konnte eine Haftstrafe durch die Zahlung der geforderten Geldstrafe abgewendet werden. In Freiberg wurde bei der Kontrolle eines Mannes eine Schreckschusswaffe festgestellt, die dieser führte, ohne im Besitz eines Waffenscheins zu sein. Heute Abend und in der Nacht ist es weitestgehend sternenklar. Dazu kommt ein recht böiger Wind aus südöstlicher Richtung und in den Spitzen werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 45 Kilometer pro Stunde erreicht. Dies betrifft vor allem den Raum Olbernhau und Marienberg. Niederschlag in Form von Schnee und Regen ist über Nacht nicht in Sicht. Die Tagestemperaturen in der Nacht auf Freitag sind einheitlich im Minusbereich. So werden in Olbernhau minus 5 bis minus 4 Grad Celsius erwartet, ebenso wie in Marienberg. Und in Schopau zeigen die Quecksilber im Thermometer minus 4 bis minus 3 Grad an. Freitag pfeift uns der Südostwind sogar noch etwas straffer um die Ohren. Mütze festhalten ist da die Devise bei Windgeschwindigkeiten von um die 85 Kilometer pro Stunde. Wolkig starten wir in den Tag und schon nach und nach verdichtet sich die Wolkendecke und dann bleibt es überall grau in grau. Niederschlag gibt es zum Freitag aller Voraussicht nach nicht. Die Tageswerte in Hallbach liegen bei minus 5 bis 0 Grad, ebenso wie in Großrückerswalde. Und die Griesbacher Temperaturen bewegen sich zwischen minus 4 und plus 1 Grad Celsius. Der weitere Ausblick auf das Wochenende. Der Samstag beginnt mit dicken Wolken und kleineren Regenfällen und das bleibt auch über den Tag so. Nur das Regenrisiko sinkt im Laufe des Tages. Der Wind weht zum Tagesbeginn aus Südost und dreht dann auf westliche Richtungen. Minus 1 bis plus 3 Grad werden über den Tag erwartet. Zum Sonntag dann sinken die Temperaturen auch schon wieder auf minus 4 bis minus 2 Grad. Und bei einem Niederschlagsrisiko von 90 Prozent und dicken grauen Wolken am Himmel ist zum Sonntag ganztägig mit leichten Schneefall zu rechnen. Der Wind weht gering aus Nordwest. Mehr zum Regionalwetter dann morgen hier in Regional. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder pünktlich mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, gute Nacht und einen angenehmen Start in den Freitag. Tschüss, machen Sie es gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017